Ich bin Annemie Haupert von Riege Kolonia und ich stand hier in Dix vom Dixer Bahn, ob der Schelsieg. Denn hier ist nämlich sonntags immer um zwölf Uhr der Treffpunkt für schon eine fast aussterbende Tradition, nämlich der Kirschemmefrösche. Also wenn Sie brav in der Kirsch waren am Sonntag und haben noch so zwei Stunden ein Klebizitzig für Klav Brauhausromantik und auch Leckerdosch, dann sind Sie hier bei mir genau richtig, bei dem Kaschemmefrösche, hier ob der Schelsieg. Also sind Sie bereit? Ich bin hier. Ihr auch. Bis bald. Der Rheinboulevard. Und was date man hier am Rheinboulevard? Promeniere, aber auch siniere. Und zwar hier über das wunderschöne Panorama, was doch das schlechte Sieg hat. Also können wir auch hier gemeinsam singen, Lua, ich von Dix noch Pölle und hat dieses herrische Panorama. Auch das sehen wir beim Kaschemmefrösche bei in Dix. Also es gibt viel zu entdecken, ob der schlechte Sieg. Ja, es ist am Rheinboule, so Lua, ich bin sick genast und ich stand hier vor der Kultgaststätte Lomi. Natürlich zu, denn Dienstag haben wir zu. Aber am Sonntag, wenn ich mit dieser Kaschemmefrösche mache, ja nicht auf jeden Fall hier rein. Da müssen wir natürlich auch anstehen. Aber ich schon aus drei besonderen Gründen hier rein. Denn Dienstag hielt die Königin von Pölsch und zwar Böckchenböckchen. Zweitens hielt die herrliche, leckere, riesige Kaminat. Also gut leck. Und drittens, ja, und wenn ihr das lesen wollt, dann müsste ich zusammen mit mir heben. Und wenn ihr doch strömend am Rhein ist, vom Lomi anstelle, für eine Kaschemmefrösche in Dix zu machen. Zweitens hielt die Königin von Pölsch und Pölsch und Pölsch und Pölsch und Pölsch und Pölsch. Zweitens hielt die Königin von Pölsch und Pölsch und Pölsch.